Wir grüßen Sie aus Malaysia, wo wir gleich das entscheidende Qualifying zu sehen bekommen. Die Fahrer stehen buchstäblich in den Startlöchern und wir warten nur noch auf das Startsignal. Wir kommen in Sepang. Hier werden gerade die Wagen und ihre Fahrer für den Start des Grand Prix von Malaysia bereit gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017